Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute beantworten wir die erste Zuhörerfrage. Aber zunächst möchte ich mich für die tolle Resonanz zu diesem Podcast bedanken. Ich bin wirklich überwältigt. Es freut mich sehr, dass so viele zuhören und sich auch aktiv beteiligen. Wie gesagt, dieser Podcast ist dafür da, um euch zu unterstützen. Daher sind eure Fragen und Themenvorschläge jederzeit herzlich willkommen. Ich habe mir überlegt, jeden Freitag eine Sonderfolge hochzuladen, in der ihr eure Themenwünsche beantwortet bekommt. Ich werde daher in Zukunft jeden Mittwoch einen Aufruf starten, damit ihr mir schreiben könnt, was euch auf der Seele brennt. Vielen Dank auch für die Frage, welche im heutigen Podcast beantwortet wird und dein Engagement, aktiv an diesem Podcast mitzuwirken. Übrigens schon einmal ein kleiner Spoiler. In einer der kommenden Folgen wartet ein Dankeschön auf euch. Ihr solltet also auf jeden Fall auch bei den nächsten Folgen dabei sein und am besten diesen Podcast abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. So, nun kommen wir aber zum eigentlichen Podcast. Ich wurde gefragt, ob ich nicht eine Podcast-Folge aufnehmen kann, in der wir darüber sprechen, welche Gehälter ihr nach eurer Ausbildung erwarten könnt. Dies ist natürlich ein sehr spannendes Thema, welches vermutlich jeden von euch interessiert. Natürlich komme ich diesem Wunsch nach. Also lasst uns direkt starten. Zunächst möchte ich euch gerne die Webseite www.gehalt.de hierzu ans Herz legen. Dort könnt ihr ganz einfach und schnell vergleichen, welche Gehälter in dem jeweiligen Beruf und der jeweiligen Gegend üblich sind. Ihr habt hier die Möglichkeit, einen sogenannten Gehaltscheck zu machen, in dem ihr sieben kurze Fragen beantworten könnt und findet damit heraus, welche Gehaltshöhe üblich wäre. An dieser Stelle möchte ich aber auch kurz darauf hinweisen, dass ihr nur ein Ergebnis erhaltet, wenn ihr eure E-Mail-Adresse im Anschluss an den Test angebt. Das muss dann jeder selbst entscheiden. Einen groben Richtwert bekommt ihr aber auch schon, wenn ihr in der Suche einfach den jeweiligen Beruf und den Ort, das Bundesland oder die Postleitzahl eingebt. So, geben wir nun in der Suche Kaufleute für Büromanagement ein und lassen den Ort jetzt erst einmal frei. Sehen wir eine durchschnittliche Gehaltsspanne von 2103 Euro bis 3050 Euro brutto. Diese Spanne ist also in eurem Beruf in ganz Deutschland der Durchschnitt, gilt aber auch über alle Erfahrungsstufen hinweg. In diesem Durchschnitt sind also frisch ausgelernte Kaufleute für Büromanagement, aber auch Berufserfahrene enthalten. Der exakte Mittelwert dieser Gehaltsspanne liegt bei 2.576,50 Euro. Als kleiner Tipp, bei Gehaltsverhandlungen könnt ihr also immer gut diesen Mittelwert von knapp 2.500 Euro anpeilen. Die Gehälter sind natürlich je nach Branche, in dem euer Unternehmen tätig ist, nach Einsatzbereich, in dem ihr tätig seid und in welchem Bundesland ihr lebt und arbeitet unterschiedlich. Außerdem kann es natürlich zusätzlich noch von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Des Weiteren spielt es eine Rolle, ob ihr nach Tarif bezahlt werdet oder im öffentlichen Dienst tätig seid. Ihr solltet auf schwarze Schafe achten und euch nicht unter eurem Wert verkaufen. Je nach Schulabschluss und auch nach Abschlussnote eurer Ausbildung kann das Gehalt ebenfalls schwanken. Versucht daher, den bestmöglichen Abschluss zu erhalten. Ich unterstütze euch sehr gerne dabei. Falls ihr unsicher sein solltet, ob euer Gehaltsangebot zu niedrig ist oder ob euer Unternehmen das richtige für euch ist, meldet euch auch gerne bei mir. Ich bin euch sehr gerne behilflich. Schauen wir nun einmal auf die Gehaltsunterschiede in den jeweiligen Bundesländern. Folgende Bruttogehälter sind im jeweiligen Bundesland üblich. Bitte beachtet auch hier, dass es sich um erfahrungsübergreifende Gehälter handelt. Baden-Württemberg 2783 Euro. Bayern 2697 Euro. Berlin 2415 Euro. Brandenburg 2037 Euro. Bremen 2470 Euro. Hamburg 2720 Euro. Hessen 2853 Euro. Mecklenburg-Vorpommern 1952 Euro. Niedersachsen 2360 Euro. Nordrhein-Westfalen 2594 Euro. Rheinland-Pfalz 2524 Euro. Saarland 2450 Euro. Sachsen 2055 Euro. Sachsen-Anhalt 2018 Euro. Schleswig-Holstein 2265 Euro. Thüringen 2083 Euro. Der Durchschnitt ist also in Hessen am höchsten und in Mecklenburg-Vorpommern am niedrigsten. So liebe Azubis, das war nun die Podcast-Folge zu dem Thema Gehälter nach abgeschlossener Ausbildung. Wenn du auch eine Frage hast, die du in einer der nächsten Folgen geklärt wissen willst, sende mir sehr gerne eine Nachricht zu. Schaue hierzu einfach auf der Instagram-Seite youngster-ug vorbei oder sende mir eine WhatsApp an 0160 937 50 967. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.